Es gab zwischen der Zeit, wo ich das erste Mal die Pforten einer Gemeinde, die Türen einer Gemeinde betreten habe, mit 17 Jahren und dem Weg zum Glauben ein Jahr. Und nach der Evangelisation, nach der ich da war, und ich habe das hier und da schon erzählt und nichts verstanden habe, blieb ich aber deshalb bei den jungen Leuten, weil mir ihre Art und Weise mit mir umzugehen sehr gut tat. Ein Jahr lang bin ich dann so nach und nach zu jedem Einzelnen hin und habe ihm gesagt, mich würde interessieren, warum glaubst du an Jesus? Was ist in deinem Leben passiert, dass du an Jesus glaubst? Was hast du durch den Glauben an Jesus Christus? Auf der einen Seite ist Folgendes passiert, sie konnten mir glaubhaft erklären, warum sie an Jesus Christus glauben. Nachvollziehbar. Die Hintergründe waren sehr unterschiedlich. Das waren Kinder von Eltern, die zur Gemeinde gehörten. Das waren Kinder, so wie ich, wo die Eltern nicht zur Gemeinde gehörten. Es war also sehr, sehr unterschiedlich. Aber einstimmig war klar bei diesen Fragen, dass ich am Ende eigentlich wusste, wie kommt ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus? Ich wusste es. Also so wie ich eine Aufgabe in der Schule verstanden habe, ich wusste jetzt, was ich tun sollte, um zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. Aber es hat noch ein Jahr lang gedauert. Aber diese persönlichen Berichte der jungen Leute, Männer und Frauen, haben mir sehr geholfen. 18, 19, 20 Jahre, als waren sie im Jugendkreis. Es war so eine Gruppe von 30 jungen Leuten. Und ich habe wirklich jeden gefragt. Und ich war über zwei Dinge überrascht. Das eine, dass jeder es mir erzählen konnte. Jeder konnte mir erzählen, was eigentlich passiert ist, dass er zum Glauben gekommen ist. Der eine etwas flüssiger, der andere etwas stockender, aber er konnte es mir erzählen. Und das zweite, es hat mich ermutigt. Es war glaubhaft für mich. Und ich empfand diese beiden Abende, Dienstag und Donnerstag und gestern Vormittag mit Markus Wesch, auch als sehr ermutigend. Genau das war das Ziel. Und Markus Wesch ist mit einer Frage eingestiegen und hat uns gefragt, was glaubt ihr ist das Ziel der Evangelisation? Was ist das Ziel einer Evangelisation? Und aus meiner Sicht richtig, aber noch nicht vollkommen richtig, antworteten wir darauf, Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Dann ist für uns in der Regel oft das Ziel einer Evangelisation erreicht. Der Mensch kommt zum Glauben. Und Markus macht anhand des Missionsbefehles, Matthäus 28, geht hin und macht zu Jüngern deutlich, es gehört eigentlich noch etwas dazu. Ein Jünger ist einer, der wörtlich gesagt ein Schüler ist. Also mit der Hinwendung zu Jesus werden wir Schüler von Jesus. Und in der Schule von Jesus erwerben wir uns im Laufe unseres Lebens das Wissen und die Anwendung für unseren Alltag. Wie bekomme ich ein offenes Herz für Menschen in meiner Umgebung? Wir schauen uns heute Morgen einen Bibeltext an, der zwei Dinge vorhat. Das eine, uns nochmal so ein bisschen mit hineinzunehmen, mit einigen Impulsen, aber das auch so ein bisschen abzurunden. Und vor allen Dingen, der uns begeistern soll dafür, dass das, was wir eben in den Lobpreisliedern gesungen haben, eigentlich noch so viele möglich Menschen hören sollten. Wir schauen uns den Bibeltext an und ich lade euch ein, ich zeige ihn euch in vier unterschiedlichen Abschnitten. Mal darauf zu achten, wie viele Menschen in diesem kurzen Text zum Glauben kommen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 1. Und ich beginne mit den Versen 35 bis 39. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt mit. Da werdet ihr sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Es ist von Johannes dem Täufer die Rede. Und er bezeugt es zwei Menschen. Und es heißt das schlicht und einfach, und sie folgten Jesus nach. Das ist mir nochmal hängen geblieben in diesen Tagen, dass wir sicher sein dürfen, wenn in unserem Leben sichtbar wird, wem unser Leben gehört, dann bleibt das nicht ohne Auswirkung. Dann müssen die Leute eigentlich fragen, warum ist das so bei dir und warum ist das so anders bei mir als bei mir? Die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses, die ist oft auch wichtiger als wohlformulierte Worte. Sie schauen auf das, wie sie uns erleben. Zwei sind das. Einer der beiden Männer, die Verse 40 bis 42, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinem Bruder Simon, wir haben den Messias gefunden, berichtet er ihnen. Und dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickt ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Käfers heißen. Jetzt wird der eine also namentlich genannt, wo es am Anfang nur heißt zwei. Der andere wird namentlich nicht weiter erwähnt, das ist Andreas. Und er kann es auch nicht für sich behalten. Er trifft seinen Bruder Simon. Und es ist ihm wichtig, seinem Bruder das weiterzugeben. Und wenn ihr mal überlegt und an Geschwister denkt, an eure Geschwister, an Verwandte und an die denkt, die dabei nicht zum Glauben gekommen sind, dann ist das nochmal eine neue Erinnerung daran, dass das eigentlich etwas ist, was zu unserem Leben dazugehört. Der erste Weg ist natürlich mitten in die Verwandtschaft hinein. Und wenn ich aus eigener Erfahrung sage, dass das nicht ganz leicht ist, dann könnt ihr mir das glauben. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich dann zu erleben. Zu erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gebetet habe und es ist nichts passiert bei meinen Geschwistern. Und ich hatte einen, der hat mich wirklich gehänselt. Das muss man so sagen, aufgrund meines Glaubens. Wenn ich morgens in den Gottesdienst ging, sagt der Bruder, mach es gut, Halleluja, der konnte weder mit Bruder noch mit Halleluja etwas anfangen. Der hat mich barbarisch gehänselt. Und ich war schon nicht mehr zu Hause, wohnte mittlerweile woanders. Und er schrieb mir eines Tages, dass er von jungen Leuten aus der Gemeinde, wo ich auch war, eingeladen worden ist und dort zum Glauben gekommen ist. Ja, ich habe Rotz und Wasser geheult. Jahrelang für ihn gebetet und es ist nichts passiert. Und irgendwann schon fast gedacht, das wird nichts mehr werden. Er ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das war der Dritte. 43 bis 44, als Jesus am nächsten Tag nach Galilea aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagt Jesus zu ihnen. Philippus stammt aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Also die beiden, die davor schon genannt werden und zum Glauben gekommen sind. Hier wird Philippus von Jesus zum Glauben gerufen. Das ist der Vierte. Und dann haben wir den Letzten. Und Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat. Und der auch bei den Propheten angekündigt ist, es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth entgegnet Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagt nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Philippus lädt also seinen Freund ein, seinen Freund Nathanael. Nathanael gehört zu denen, und auch die kennen wir, der nicht sofort bereit ist, das einfach zu glauben. Er hat seine Bedenken, seine Einwände, was kann da Gutes kommen. Und auch das erleben wir ja, dass Menschen, denen wir das erzählen vom Glauben, ihre Bedenken, ihre Einwände haben. Und Markus hat uns daran erinnert, zu sagen, nehmt diese Einwände ernst. Geht darauf ein, wertschätzend darauf ein. Und weil es Johannes, Andreas und Philippus nicht für sich behalten konnten, kommen fünf Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Was ist passiert? Was haben Johannes, Andreas und Philippus den Menschen gesagt? Was ist der Inhalt ihrer Einladung? Es gibt drei Hinweise in unserem Text. Und die können uns helfen, auch für das eigene Zeugnis. Drei Hinweise in diesem Text, die eigentlich dazu einladen, zu Jesus Christus. Den ersten Hinweis finden wir, dass wir sagen, wir haben den Messias gefunden. Messias ist ja das hebräische Wort für Christus. Wir haben Christus gefunden. Das heißt also, etwas sehr Wesentliches, fast eine Binsenweisheit, ist aber notwendig, dass uns deutlich wird, nur wenn ich persönlich Jesus Christus gefunden habe, kann ich natürlich davon erzählen. Das Ganze bleibt dann nicht mehr so nebulös. Meine jungen Freunde damals konnten mir sehr genau erzählen, was da passiert ist. Und wie sie Jesus Christus gefunden hatten. Die Jünger nutzen also ihr ganz persönliches Erleben mit Christus, um den anderen davon zu erzählen. Das ist immer das Beste. Sie sagen, wir haben den Messias gefunden. Im ersten Johannesbrief sagt Johannes, wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es mit angeschaut, mit eigenen Händen berührt. Ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden. Und wir haben es gesehen. Wir bezeugen es, wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar wurde. Ralf Wirken hat das am Anfang gesagt. Wir sind eingeladen worden und haben gestern sehr intensiv darüber nachgedacht. Wie kann ich denn meine eigene Geschichte erzählen? Und Markus hat uns daran erinnert, zu sagen, wir haben ja unsere eigene Geschichte und es hilft mal aufzuschreiben. Dann kriegt es eine Konzentration. Und das Ganze darf nicht länger dauern als drei Minuten. Sicherlich wollte er uns nicht festlegen, wenn das dann zehn Sekunden länger dauert oder weniger ist. Aber er ermutigte uns und sagte, erzähl dir eine eigene Geschichte. Wir hatten ja in diesem Sommer begonnen, wollen nächsten Sommer weitermachen im Garten, diese zum anderen Abende. Und wir waren in diesem Sommer davon geprägt, dass Menschen vom Glauben an Jesus Christus erzählen. Und wir werden also auf euch zukommen. Wir werden euch fragen, könnt ihr euch vorstellen, an solch einem Abend eure Geschichte zu erzählen? Und ich lade euch ein, das mal für euch persönlich zu Hause zu machen. Das mal aufzuschreiben. Eure Geschichte, wie ihr den Messias, den Christus gefunden habt. Und wir können ja unsere Geschichte auch erzählen. Manchmal denkt man natürlich, die Geschichte von dem anderen ist immer spannender. Aber jede Geschichte, auch deine, ist ein Wunder Gottes. Es ist deine persönliche Geschichte mit Jesus. Und manchmal trauen wir uns deshalb nicht, weil wir den Eindruck haben, sie ist gar nicht so erzählenswert, sie ist unspektakulär. Und gerade, so sagt uns Markus nochmal, für normale Menschen sind besonders normale Geschichten hilfreich. Sagt, die meisten von uns haben doch kein spektakuläres Erlebnis. Und wenn jemand ein spektakuläres Erlebnis erzählt, wie er als Alkoholiker oder als Drogenabhängiger zum Glauben gekommen ist, dann ist das ein großes Wunder Gottes. Wir können uns darüber freuen. Aber er sagt, wir können uns kaum damit identifizieren, weil das nicht unser Lebensalltag ist. Gerade mit normalen Geschichten können sich normale Menschen viel besser identifizieren. Ausnahme, Bekehrungen schaffen eigentlich selten eine persönliche Identifikation. Ich bin so lange hier, dass ich weiß, dass viele von euch auch in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind. Und eure Entscheidung für den Glauben nicht selbstverständlich war. Und für euch, die ja so aus diesem Hintergrund kommt, ihr könnt einfach mal mit einigen Fragen darüber nachdenken, wie eure Geschichte aussehen könnte. Ihr könnt euch fragen, wo wäre ich denn heute ohne Jesus? Und wovor hat mich Jesus bewahrt? Und wer wäre ich heute ohne Jesus? Und auch du musstest dich entscheiden. Jede Geschichte ist ein Wunder Gottes und ist erzählenswert. Es ist nicht zuerst das Kriterium, es ist eine spektakuläre Geschichte. Wir singen immer mal ein Lied, da heißt es, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand. Kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Leben Glück. Angelehnt ist das ja an dieses Wort von Petrus, wo Jesus sie fragt, wollte ja auch weggehen. Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Christus. Das ist der erste Hinweis. Wir haben den Messias gefunden. Und wir erzählen unsere eigene Geschichte. Der zweite Hinweis ist die Aussage von Johannes selbst. Er sieht Jesus vorbeikommen und weist auf Jesus und sagt den beiden, die neben ihm stehen, seht, das ist das Opferlamm Gottes. Johannes war also von der Person Jesu so tiefst ergriffen, dass er sagt, seht, das ist das Opferlamm Gottes. Johannes sieht in Jesus mehr als nur einen Menschen. Das Betrachten seiner Person erfüllt sein Leben so sehr und sein Herz, dass er nicht schweigen kann. Er muss es zum Ausdruck bringen, was ihn das bedeutet, seht, das ist das Opferlamm Gottes. Man hat ja den Eindruck, dass Johannes gar nicht direkt zu jemandem gesprochen hat, sondern dass einfach sein Herz so überfloss, als er Jesus sah. Von dem, was ihn erfüllte. Und als die beiden das erkannten, was Jesus dem Johannes bedeutet, kommt das eigene Verlangen auf. Und es heißt, und sie folgten Jesus nach. Seht, das ist das Opferlamm Gottes. Die Frage ist ja, was siehst du, wenn du Jesus siehst? Was bedeutet dir Jesus Christus? Das ist der zweite Hinweis, den wir im Text finden, der uns helfen kann, wenn es um unsere Geschichte geht, um Menschen vom Glauben zu erzählen. Und der dritte Hinweis ist der, den wir auch finden, da heißt es, komm mit und überzeuge dich selbst. Komm mit und überzeuge dich selbst. Kommt und seht. Sie folgen ja nicht Johannes nach, sondern sie folgen Jesus nach. Und was geschieht, als sie dem Herrn Jesus nachfolgen? Er stellt ihnen diese Frage und sagt, was sucht ihr? Und es ist ja die Frage, was suchen wir bei Jesus? Das können wir bei Jesus finden. Sie suchen ja nicht etwas, sondern sie suchen die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir diese Frage haben, wo hält sich denn Jesus auf? Wenn wir diese Frage haben, wie kann ich Gemeinschaft mit Jesus haben, dann sind wir in guter Gesellschaft. Kommt und seht. Weil ich glaube, dass eine rein theoretische Erörterung von Glaubensfragen in der Regel den anderen nicht zum Glauben führt. Der muss kommen. Der muss sehen. Der muss hören können. Der muss erfahren können. Es ist ja die Frage, was sehen die Menschen heute, wenn wir sagen, kommt und seht. Kommt und seht in unseren Häusern, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Was sehen sie da? Und die Reaktion des Philippus finde ich bemerkenswert. Nathaniel macht ja einen Einwand. Und er geht zunächst auf den Einwand gar nicht ein. Sondern er sagt eigentlich das, was Jesus gesagt hat. Er sagt, komm, sieh es dir doch an. Wenn ich dir nicht alle deine Fragen beantworten kann, so will ich dich einladen. Jesus wird deine Zweifel ernst nehmen. Du kannst Jesus begegnen. Und Philippus war in den Augen seines Freundes, Nathaniel, so vertrauens und glaubwürdig, dass Nathaniel auf diese Aufforderung hingeht. Und die Begegnung endet mit dem Bekenntnis von Nathaniel. Und da haben wir die fünfte Person. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. In diesem kurzen Text wird also von Vers 35 bis Vers 46 erzählt, wie fünf Menschen zum Glauben finden. Sehr komprimiert, sehr verdichtet. Das heißt also, das ist das, was wir sagen können. Kommt und seht. Lernt den Gott kennen, an den ich glaube. Und ich glaube, wenn unser Leben das unterstreicht, wenn unser Leben das unterstreicht, dass wir an Gott glauben, dann ist das schon ein großes Fund, was wir haben. Weil das ist die Glaubwürdigkeit, die der andere braucht. Er muss wissen, erzählt er es nur oder steht auch sein Leben dahinter. Komm und seh. Damit Menschen also in unserem Lebensumfeld wirklich erfahren und verstehen, müssen wir hingehen und es ihnen erklären. Genauso wie Worte ohne Taten leer sind, so sind auch Taten ohne Worte leer. Ich kann das Evangelium leben und erklären. Und es bleibt dabei, und das war so das Entscheidende in diesen Abenden und gestern Morgen, nochmal neu die Erinnerung, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also meine Bitte ist an euch, setzt euch doch mal hin. Schreibt eure Geschichte auf. Und wir werden auf euch zukommen. Wir werden auf euch zukommen und euch einladen, zu sagen, könntet ihr euch vorstellen, bei solch einem Gottesdienst eure Geschichte zu erzählen. Und dann seid ihr nicht ganz unvorbereitet, dann habt ihr es schon mal im Gottesdienst gehört. Kommt und seht. Amen.